ja hier leute ich bin's wieder Markus von der Mühle er ist jetzt im Hintergrund gebetet werden um es uns wieder abgeschmiert werden ich weiß nicht wieso das immer so ist Schöpflein Prozent nach einer halben Stunde den Ton also mit Färbs kann ich eine Stunde aufnehmen das läuft alles wunderbar ich habe nicht da irgendwie 8 20 Minuten was ungefähr 20 Minuten ungefähr Prozent ist ein Ton abgekackt CDR jetzt mal um ja es ist nicht im Scheiße und ich hatte auch keine Lust hat seine keine Zeit Prozent das ja alles nachzusprechen gesagt ich hab ich keine Lust ich viel zu tun hatte bin noch erschöpft wie er Abschlussfahrt Prozent HL keine Zeit gehabt vorher und ich alles um Ton wusste ich dass er nicht gegen hatte ja keine Zeit so was zu machen um ich hoffe dass sie doch pünktlich kommt ähm wollte es auch mit dem kleinen Ding hier jetzt sagen dass es halt jetzt keine Folge ohne Ton ist also mit Musik halt jetzt dann ähm ja also ich werde jetzt immer 45 Minuten aufnehmen ähm und dann Cut machen ähm ja und da werden wir es sehen sag mal so und ähm ja auf jeden Fall werde ich jetzt keine halbe Stunde sondern nur 15 Minuten weil immer bei 28 Minuten ungefähr 17 Minuten halbe Stunde kackt der Ton bei ich weiß nicht wieso und ja wir sagen so ist es immer so für von Bildern oder uns am liebsten und bis dann und so n 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I'm born, I'm bred, I'm changing my direction instead. My heart, my head, my reasoning is complicated. I'm born, I'm bred, I'm changing my direction instead. My heart, my head, my reasoning is complicated. Every little symbol, every little sign, every little symbol, every little sign. Every little symbol, every little symbol. Every little symbol, every little sign, tells me something different every single time. so leute Euro das ist jetzt Ende diese Folge und dieses Palaz neue Zirn und Schiss sagen wir so ist es halt ich habe das nicht daran ich nutze es nächstes mal weiter folgen ja